hallo leute und herzlich willkommen zu dieser neuen programmier serie auf meinem kanal wie im titel bzw hier schon sehen könnt gibt es eine neue serie und zwar wie ihr label mod addons programmieren könnt das werde ich euch heute mal zeigen wie die ganzen grundbasis wie das setup funktioniert etc und erstmal werde ich vorab sagen ich werde das ganze die serie in netbeans programmieren ich werde aber am anfang einmal zeigen wie es mit eclipse funktioniert und intellij ist der aufbau ähnlich und ja da ich mit intellij nicht arbeite so wir befinden uns hier direkt auf der docs.laymod.net seite der link wird auch in der beschreibung stehen und hier geht alles los sagen wir mal so hier an der linken seite klicken wir einmal auf setting up the project und hier finden wir schon alles wichtige was wir brauchen das ganze werde ich in der 1.8.9 programmieren und nicht in der 1.12.2 das sind ja die beiden aktuellen versionen die label mod unterstützt und wir klicken einmal hier auf dem ersten teil brauchen nämlich fort und gehen hier auf die seite label mod selber empfiehlt die 1855 version außer 189 und deswegen geben wir hier an der linken seite auf 18189 können dann hier unten auf show all versions und suchen uns hier die 1855 raus das wäre die hier und dann müsst ihr darauf achten ihr müsst das mdk runterladen das habe ich jetzt schon gemacht deswegen werde ich das jetzt hier noch mal zusätzlich runterladen und geben auf die seite zurück das ganze müssen wir gleich entpacken müssen dann die bestimmte fehler ausführen dass wir hier mit arbeiten können dass wir das set up die com workspace heißt dass wir den source code von den ganzen forge sachen bekommen und ja hier unten sind auch die nächsten beiden parameter dass wir einmal gradle eclipse für eclipse dass der eclipse ordner generiert wird etc und für intellij gibt es den befehl auch noch mal netbeans funktioniert mit den eclipse sachen also werden wir nachher den eclipse befehle ausführen hier kommen müssen wir gleich auch noch mal hin das habe ich nämlich auch schon runtergeladen das ist nämlich die label mod api die wir brauchen das können wir unterladen nehmen wir hier draufklicken und kommen dann hier hin und ich sollte man sehen können hier gibt es einmal zwei jars einmal die 122 und die 188 die 188 habe ich schon untergeladen und ja so sind wir wieder hier und werden das ganze ding jetzt mal vorbereiten ich habe das beides jetzt schon mal in einen ordner reingezogen in meinen youtube projekte youtube label mod addon und die zip datei von ford werde ich jetzt hier einmal entpacken dateien packen und hier haben wir unsere ja api so die zip datei können jetzt hupser können jetzt löschen und ich kopiere mir mal einmal alles aus dem ordner hier raus und fügt es hier hinein und können ordner löschen die ich erstelle jetzt schon mal direkt einen ordner namens lips für die libraries und da packen wir unsere label mod api hinein wie sie auf der webseite steht die ganzen unnötigen dateien die txt dateien werde ich jetzt hier einmal löschen und ja ich mache jetzt recht sich ich benutze dafür jetzt geht es als konsole können normal cmd beziehungsweise ja jede andere x beliebige konsole nutzen mache jetzt die rechtsecke und öffne hier geht bash so als nächstes ich gucke jetzt mal nochmal hierhin haben wir hier die befehle das wäre nämlich einmal hier dieser gradle setup die kommt workspace und hier unten wäre das mit dem eclipse und idr für intellij so wir gehen wieder rein ich kopiere den hier mir jetzt einmal rein und werde aber hier direkt schon die clips mit hinterschreiben weil das genauso möglich ist und dadurch nicht mehrere befehle ausgeführt werden müssen das ganze kann jetzt ein bisschen dauern es kann auch sein dass der ein fehler kommt dass es nicht ja gebaut werden kann da er ja war nicht findet dann müsst ihr einmal die java path in die umgebungsvariablen setzen von dem computer und ja ich starte das ganze jetzt mal eben und lass es eben kurz durchlaufen das könnte im kurzen moment dauern und dann sehen wir uns gleich wieder so das ganze ist jetzt schon fertig gebaut hat ganze 25 sekunden gedauert war jetzt doch nicht so allzu lange und können jetzt die konsole schon schließen so hier haben wir jetzt nochmal die grundsachen wie man was in welcher plattform macht einmal eclipse einmal intellij wie man die ganzen sachen öffnet und ja netbeens habe ich jetzt hier schon mal geöffnet wenn ihr das ganze netbeens machen wollt müsst ihr noch was zusätzlich installieren dafür geht ihr oben auf tool plugins und könnt ihr unter available plugins nach einem plugin namens maven beziehungsweise ach maven naja wo habe ich es denn ähm habe ich es nicht installiert oder was habe ich doch installiert ähm haben wir ein bisschen nicht angezeigt da gibt es jeden fall ein plugin plugin womit man ähm wie heißt das ganze jetzt hier nochmal gradle verwenden kann sollte hier normalerweise nicht mit drunter sein ich sehe es aber gerade nicht dafür solltet ihr einfach hier nach gradle suchen können und da ist es hier ist gradle java support beziehungsweise sollte noch ein anderes kommen das müsstet ihr einfach installieren was ich komischerweise hier gerade nicht finde auch wenn es eigentlich installiert sein sollte komisch so jedenfalls dann kann ich hier auf open project gehen und die richtige datei auswählen dann muss ich in meinen youtube projekt ordner und da habe ich meine gradle datei beziehungsweise den gradle ordner klicke auf öffnen und dann öffnet das ganze das kann eben einen kurzen moment dauern zusätzlich öffne ich mal einmal eclipse wenn ich das ganze finde da ich habe gerade nämlich extra dafür mal eclipse installiert gehabt auch wenn im testen weil ich das herausfinden muss wie das ganze unter netbeams vernünftig funktioniert und ja hier werden wir jetzt auch wieder das verzeichnis aussieht die projekte youtube und bei eclipsen musst du darauf achten dass du den eclipse ordner auswählst so ok launchen wir das ganze und ja das ist der erste kram den wir alles hier haben das ist das setup wir öffnen schon einmal eine zusatzseite für den first step und einmal den debug the addon weil das ist jetzt erstmal ganz wichtig weil wir müssen beim starten beziehungsweise dem programm noch umgebungsvariablen setzen das sind nämlich diese drei stück die hier in dieser linie stehen einmal damit er weiß welcher core mod also label mod geladen wird einmal das debug modus dass wir alle sachen sehen können an debug nachrichten etc hier werden auch noch mal alle anderen sachen die fähig wären also man könnte auch rein sage ich mal die teamspeak debug nachrichten anzeigen oder spotify oder api was auch immer und ganz hinten ist noch mal angeben die addon resources weil wir das ganze ja nicht direkt laden sondern eben sage ich mal entwickler modus starten damit das hier auch so aussieht unter installierte plugins das sehen wir hier im first step da werden wir uns nämlich gleich diese addon jason erstellen mit unseren parametern und noch mal ein kleines example deswegen empfehle ich euch auch das docs von levy modus zu lesen ist ganz einfach alles und bei fragen könnt ihr euch gerne sonst melden da wird jeden fall noch einiges an videos auch noch zukommen so eclipse sollte gestartet sein da haben wir es genau hier ist es nämlich ganz einfach wir gehen hier nochmal zurück und kopieren uns direkt diesen clipboard so wir machen hier rechtsklick drauf beziehungsweise hier oben auf unsere startparameter run configurations und hier drin können wir jetzt einstellen unter unserem client unter argumenten bei den vm argumenten da würden wir das ganze hinten einfach mit ran klatschen das können wir dann applyen und schließen dann würde das ganze jetzt schon funktionieren hier wäre es so wir müssten unter unserem haupt ordner hier wäre das ist der demo ordner von forge da einfach ins root verzeichnis hier die datei anlegen die jason datei das ist aber in netbeans gleich ein kleines bisschen anders diese beiden sachen werden gleich löschen und ja dann schließe ich jetzt schon mal eclipse weil eclipse werden wir nicht mehr brauchen und gehen wieder in unser netbeans rein so das werde ich auch mal ein bisschen kleiner machen da haben wir es so hier unter sources haben wir jetzt unsere demo klasse die schadenmäßig von forge mitgeliefert wird ich ziehe das einmal kurz ein bisschen rüber so hier drin haben wir dann noch unsere build gradle da müssen wir nämlich gleich bisschen was bearbeiten und in resources haben wir unsere mc mod info die können wir löschen die brauchen wir hier nicht genauso wie in der mod example und das package brauchen wir alles nicht am anfang werde ich jetzt hier direkt mal einmal eine klasse erstellen und das wäre unsere sage ich mal unser youtube addon das nenne ich deswegen auch youtube addon und unser paket ist me.shortbyte.addon nenne ich das ganze jetzt einfach mal und da haben wir unsere hauptklasse drin so wir sollten hier unter dependencies auch automatisch schon die lma api drin haben also die lma und api bei eclipse müsste man das wahrscheinlich noch als library hinzufügen das war jeden fall beim testen am laptop heute so so also hier ist es schon mitgeladen heißt wir können hier direkt das extend das können wir mal kurz testen mit lma mod addon das brauchen wir nämlich gleich lma addon da haben wir es und der sagte mir direkt dass ich paar abstrakte methoden laden soll und heißt die api funktioniert schon mal jetzt brauchen wir aber unsere wie es hier auf der seite nicht auf der seite steht unsere addon.json deswegen kopiere ich mir einmal den jsonkram was hier drin steht und ja wir gehen jetzt hier direkt mal erstmal hier da zeige ich nämlich einmal kurz das ganze hier ist das json file wenn ihr hier nicht die sachen drin stehen habt wie ich könnt ihr unten auf aber suchen gehen und dadurch dann hier im baum in der kategorie oder beziehungsweise unter filter nach den passenden sachen suchen und ja da ich hier drin habe mache ich direkt so jason und unsere heißt addon.json wird automatisch generiert weil wir json file ausgewählt haben so das wäre der content den wir da reinschreiben müssen so wäre das der aufbau bei eclipse beziehungsweise intellij glaube ich auch die uid ist ein custom parameter der bei jedem mal laden soweit ich weiß oder every addon has got an uid per minecraft version heißt die parameter beziehungsweise den der spacer prozent wird automatisch beim starten ja ausgefüllt so gehen wir hier wieder hin hier schreiben unseren namen rein das ist in dem fall jetzt sage ich mal da youtube addon den transformer class die brauchen wir nicht entfernen wir mal komplett den parameter und hier geben wir jetzt unsere hauptklasse an das wäre jetzt in meinem fall me.shortbyte.addon.youtube addon das wäre die klasse die wir hier mit angeben und hätten das ganze fertig und könnten das ganze schließen also das wäre der aufbau mit der json wie es in eclipse und intellij ist das ganze müssen wir jetzt aber in netbeens bisschen anders machen ich kopiere die jetzt einfach mal nur und packt in den resources ordner ein weil in eclipse ist es bisschen anders aufgebaut der lädt die oder sucht die addon json in den resources ordner wir öffnen da jetzt noch zusätzlich den bild gradle beziehungsweise ich gehe erstmal in die properties und müssen jetzt einmal ein kleines profil ändern damit wirklich hier oben über den start button einfach starten können das wäre dann rechtsklick properties build in tasks und suchen uns hier den task run raus weil hier wird einfach normalerweise der normale run ausgeführt die müssten wir ändern zu run client damit wir den client starten und kein server sondern oder sonst was wir wollen den client starten die jvm parameter funktionieren hier in dem fall nämlich nicht da müssen wir das haben ich und der felix ordentlich daran gesessen weil wir nichts dazu für netbeens gefunden hatten wird jetzt freigelassen das hat nämlich alles hier nicht funktioniert gehabt wir führen jetzt einfach hier den run client aus deswegen habe ich jetzt die bild gradle noch offen weil wir jetzt noch was hinzufügen werden und zwar der run client damit im run client teil der style mit ausgeführt wird wenn wir den halt client starten gehen jetzt hier noch einmal kurz rein in die debug addons kopieren uns das ganze und gehen hier wieder rein und fügen jetzt unsere parametern zu und das wäre jetzt ganz einfach mit dem befehl jvm und args und hier können wir jetzt mit einzelnen strings die module laden mal das ganze ding mal ein bisschen größer zur seite so hier müssen wir jetzt nämlich darauf achten dass wir einfach bei den leertasten da hinten wäre eine so einmal ein komma machen hier wieder anfangen mit dem string komma string und hinten ist ja auch schon geschlossen und können das ganze jetzt starten weil ich werde jetzt nochmal hier kleinigkeiten hinzu schreiben dass wir einmal eine kleine benachrichtung machen youtube 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 addon enabled und dann hier gebe ich auch mal eine nachricht aus youtube addon disabled im load konfig das werden wir vielleicht später auch noch machen können wir daten aus einer konfig für das addon laden und für settings brauchen wir die moment auch noch nicht mal gucken ob wir da später auch zu kommen so das ganze ist fertig wir können das ganze jetzt hier oben über den run ausführen und das kann jetzt eben auch einmal ganz kurz dauern bis das fertig ist und wir sehen uns gleich so unser microsoft ist jetzt auch wieder gestartet wir sehen hier klein im hintergrund auch youtube addon enabled das ganze hat jetzt geladen das können wir noch mal kontrollieren indem wir auf options gehen auf label settings hoppla das ist laut ich mach mal stelle musik aus so unter options label settings addons und hier sehen wir unter installed unser youtube addon heißt das ganze hat schon mal geladen und funktioniert einwandfrei so das wäre es dann mit dem heutigen video wir sehen uns dann im nächsten video wie wir zum beispiel die ersten module dann irgendwie anfangen ich weiß noch nicht was ich als nächstes mache werden wir dann sehen ihr könnt uns auch gerne in die beschreibung schreiben aber wahrscheinlich ist dann das erste video schon danach schon gedreht ich bedanke mich fürs zuschauen lasst gerne mal eine bewertung da wie euch das ganze gefallen hat beziehungsweise wie was sie gerne noch sehen wollt bei den addons und ja bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal leute ciao